Den besten Platz treffen? Eintracht plant einen Transfer gegen Frankfurt am Main, Eintracht Frankfurt beginnt morgen Mittwoch mit der Vorbereitung auf die kommende Saison. Auch wenn es auf dem hessischen Transfermarkt viel Bewegung gegeben hat, dürften die bisherigen Verpflichtungen noch lange nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten. Das wollte zumindest die Bild-Zeitung wissen. Diese drei Spieler sollten, mindestens, kommen. Bisher musste sich der Adler-Träger mit den ablösefreien Transfers von Daci Kamada, 26, und Erwin Dicca, 23, auseinandersetzen. Darüber hinaus wurde der ausgelaufene Vertrag von Almami Touré nicht verlängert. Mit Verteidiger Willi Haccio, 21, und Mittelfeldspieler Hugo Larsson, 19, sowie den jüngsten ablösefreien Transfers mit den Nationalspielern Robin Koch, 26. Stürmer Elias Hiri, 28, hätte Sportdirektor Markus Krasche, 42, die schaffen können mehrere Orte. Laut Bild ist der Bedarf an neuen Spielern jedoch noch lange nicht gedeckt, die eine qualitativ hochwertige Vergütung garantieren. Vor allem, da es den Anschein hat, dass noch Standorte für den Squadbuilding in Arbeit sind, die zumindest fast fertiggestellt sind, bevor die Vorbereitungen beginnen. Stets auf der Suche nach potenziellen Stürmern, um das Eintracht-Puzzle zu vervollständigen. Und so sind Krasche, Sportdirektor Temu Hartung, 33, und Co. Neben den kaum bekannten Gesichtern aus dem Ausland ist auch ein Jungprofil mit Bundesliga-Erfahrung dabei. Jesse Cannon kam von Hertha BSC könnte der einfachste Deal für die Eintracht sein Hertha-Stürmerin Jesse Cannon kam, 22, wird seit Wochen mit der SGE in Verbindung gebracht. Der U21-Nationalspieler trägt nicht nur dazu bei, dass der Angriff von die Wachintransformer Dewey und gefährlicher wird. Er könnte auch die Lücke füllen, wenn Europa League-Held Raphael Borre, 27, wegen der jüngsten Abwesenheit wegschaut. Allerdings dürfte man kaum als Krasches-Wunschspieler gelten und ein Wechsel nicht mit einem Abgang verbunden sein. Derzeit herrschte zwischen der alten Dame und den Hessen noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Während die SGE nicht mehr als 4 Millionen Euro zahlen wollte, forderten die Berliner mehr als 5 Millionen Euro. Allerdings ist die NK-Mänderung möglicherweise die schnellste und einfachste Umsetzung für Krasche und Co. Nils-Enco-Unkauf vom AS St. Etienne wird den etablierten Kräften auf der linken Seite neuen Schwung verleihen eine weitere einzigartige Lösung. Die, wenn sie den Frankfurter Funktionären gehört, unbedingt am Main erprobt werden sollte, ist Nils-Enco-Unkau, 22. Der Linksaußen spielt weiterhin für AS St. Etienne in der zweiten französischen Liga, zuvor wechselte er in der Winterpause von Cardiff City. Mit 38 Einsätzen während der Saison spielte er für beide Vereine mit 6 Toren und 9 Assists. Mit seiner Dynamik, Jugend und Schnelligkeit wird er die langjährigen Kräfte von Philipp Max, 29, und Christopher Lenz, 28, wieder auf die Beine stellen. Insbesondere ehemalige Gewerkschaftsmitglieder können sich weiterhin für einen Wechsel einsetzen. Nachwuchstalent des FC Toulouse, Felska Ibi, stimmt Frankfurt zu, Burka Transfer verlangsamt sich die Person, bei der alles klar zu sein scheint, ist Fareska Ibi, 20 Jahre alt. Im offensiven Mittelfeld soll er die perfekte Ergänzung zu einem harmonischen und fußballerischen Gesamtbild sein. Wochenlang ging man davon aus, dass sich Spieler und Eintracht einig seien. Nur der FC Toulouse will nicht so viel leisten wie die SGE. Der französische Premier League-Club soll für die Dienste des Mittelfeldspielers 15 Millionen Euro verlangen. Mittlerweile hat The Eagle Max mit 10 Millionen im Blick. Eine weitere Bedingung, die Verpflichtung von K. Ibi wird es wohl nur geben, wenn Jesper Lindström, 23, tatsächlich weg ist. Der dänische Spieler soll vom AC Mailand und Newcastle United verfolgt werden. Kehrt ein EM hält auch nach seinem Abgang zur Eintracht zurück, unter dessen kursierten Gerüchte. Dass Kamada, 26, nach seinem gescheiterten Wechsel zur AC Mailand zur Eintracht wechseln könnte, waren aber nur Fantasien. Bisher wird es keine Kommunikation zwischen den beiden Fraktionen geben, und die Japaner werden kein Interesse an einer Rückkehr nach Frankfurt haben.